Die war schon damals sehr klein. Selbst für 12-Jährige. Weiter... Okay, ja, tut dir nicht weh. Weiter krieg ich's. Als die Tür aufgeht und Alrik reinkam, um euch mitzuteilen, Freunde, es ist etwas Fürchterliches passiert. Keine zwei Straßen von hier wurde die arme Silvana von einem Piraten entführt. Bei den Göttern. Und zwar in den Keller ihres Hauses. Was? Kein Scheiß. Ich geh schnell und unvorsichtig die Leiter runter. Hier unten ist erstmal nix. Würfel auf Geschicklichkeit. Eine 14. Du hast Geschicklichkeit 8. Das ist korrekt. Man kann auch nicht mehr als 13 haben. Im letzten Moment rutschst du aus und stürfst da unten. Klatsch! Im letzten Moment. Also 10 Zentimeter. 20 Zentimeter stürfst du hinab. Mitten auf dem matschigen Boden und bist schmutzig. Von oben bis unten. Gut. Dein Charisma ist für die Zeit in diesem Keller um eins niedriger als sonst. Es ist schon bei uns. Nun gut. Ich hoffe, da unten werde ich nicht mit jemandem feilschen müssen. Ich beschleunige das jetzt, indem ich W20 und W6 zusammen... Nein. Warum nicht? Weil das so nicht richtig ist. Ich habe aber getroffen. Und ich habe pariert. Dann müssen wir jetzt mit... Bruchfaktor-Würfel. Bruchfaktor. Bruchfaktor. Da sind tatsächlich in dem Raum sind tatsächlich auch noch zwei Betten drin. Und ein Typ steht da. An dem Tisch sitzen gerade zwei halbwüchsige Orks, wohingegen der weibliche Ork den Tisch steckt und der männliche Ork da steht und augenscheinlich gerade was erzählen will. Da steht da nämlich so. Sie wollen uns mit ihren Tellern angreifen! Und du guckst in eure Richtung mit einem seltsamen, erstaunten Blick, als du die Tür eintrittst mit der Waffe in der Hand und schreit... Essen! Haben die Besteck in der Hand? Hüter! Hüter! Das ist eindeutig bedrohlich. Haben sie Besteck in der Hand? Ja, die zwei, die... Erzieht eine Waffe! Initiative! Ich trete den Tisch um. Um möglichst einen von den oder beide von den Jugendlichen da unterfetzen zu lassen. Jugendliche Orks zuerst! Ja, okay, ich hab mich da verstanden. Meisterlich. Nein!